ein baum genau hier einmal hier wo man feiern zeigt jetzt darum sehr schön erster aktivierte zeit gegenüber von diesen job ungefähr ihr müsst ihr runter und im balkon im ersten sozusagen erst etage gedrückt ist der nächste rot und wir haben zwei von sechs hier genau unter diesen pfeiler einmal hier ganz wo ich gerade stehe bitte und hat aktiviert drei von sechs tun so ein bisschen durchlaufen und dann einfach laufen 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 und die unten für nichts knopf einfach hier direkt an der wand und ja schatzkiste von der schatzkarte zum job hinter diesen netten kisten den knopf einfach weg weg steuern hier weg damit habt ihr den nächsten knopf bam da ist er und jetzt ist sie unten ganz mies einfach hier am am holzpfosten habe ihn zu drücken ob halt ist da apathos hier das geschafft was das ein krebs mit dancing krebs